na hallöchen werte freaks und freude das echte unterhaltung die da ja nur mit einer neuen demo sie oder falsche richtung sie ophanage prolog ich habe es schon mal sowas gespielt aber ich habe keine ahnung ob das damit was tun hat also hier ist auf jeden fall weisenhaus und wir müssen rätsel lösen habe ich bock drauf wie verrückt aber wir probieren es trotzdem aus vielleicht ist es ja gut vielleicht ist es ja gruselig vielleicht ist ja irgendwas ich muss mal kurz gucken ja abliehe sound ist klingt gut sound klingt gut let's fetz freud okay warst zum laufen make sure your search all trauers and gabinets okay der doktor die wir werden verfolgen das kreuzing aber jetzt nicht richtig rum escape the room okay wir müssen aus die ach mensch so sagst die zahre bei mir was als beim zahnarzt war was ist o achso übrigens das ist nur englisch es tut mir jetzt schon furchtbar leid es ist eine liste von all den kinder namen der kinder die hier gelebt haben in diesem weisenhaus mein name ist tickt but not crossed okay okay es ist angehekelt aber nicht durchgestrichen was ist passiert wer sind wir denn jack sack wir sind mt freunde jack sack oder sophie ok what's happening ist weiß ich immer noch nicht eine kerze ich weiß nicht ob das so richtig wo ist das es ist eine schmale also kleine box mit zwei irgendwelchen steinen drin oben es sieht so aus als würde ein stein fehlen okay wir brauchen den stein wohnen stand klicken was ist was denn das select okay suche den stein aus den du bewegen möchtest du klickst du erwählst select was euch mal wo muss jetzt mal stehen heiter bin ich wieder ich habe das jetzt wie gesagt gar nicht so schwer also ihr müsst die dinge hier eine richtige position hin und her switch aber jetzt habe ich schon gedacht ich brauche jetzt 25 millionen stunden aber anscheinend auch nicht aber ich wollte es euch trotzdem was das jetzt look one of the backup uses wir brauchen wir brauchen auf jeden fall batterien dafür was zeigt man nicht an können wir hier irgendwas wir brauchen auf jeden fall irgendwo noch die patsche sie hier fehlt uns auf jeden fall um der klostik jetzt her hatten wir den vorhin schon ach ja warte mal close stick my trusty close stick not very bright but an option to see in the dark ach so okay mit mausrad geht es natürlich das ist ja beautiful ja Junge das ist besser als die scheiß funze hör mal cool ich bin verwirrt ich hab doch jetzt hier drauf gedrückt das verwirrt mich ein bisschen was ist denn hier eigentlich vorgefallen hier ist jetzt auch nichts weiter elektrisch verschlossen wo brauche ich denn zufälligerweise kann ich crouchen eigentlich ich finde die ist total bescheuert mit dem ich nur nerven das kann ich hier vielleicht irgendwas drücken klicken irgendwas tun was kann ich das ist ja mein herzschlag ist bei 100% das finde ich gut und hier kann ich das nicht benutzen ich habe mich kurz ein bisschen zerrissen ja der Wind war jetzt äh der Wind sei schon das hier Witter war jetzt aber unangenehm ok cool was kann ich denn jetzt hier machen hör mal also sobald ich auf das Ding klicke Gott mach öffnet der mir hier tatsächlich den Clostick naja das ist ja beautiful ok jetzt komme irgendwie diesen Raum hier das heißt klicken sie alles an was hier rum batterien ja ok muss ich die da einpacken oder was ja ich möchte bitte wieder raus tappen rouse tappen ok so crouchen können wir nicht wir können oh wir können richtig schnell lang hier fetzen ne dusche ne dusche was ist denn hier los oh it's locked ja man kann ich mal wie use ich hier ha merci ok äh ich will kann ich wie 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 kann kann ich hier das äh ja äh pfu Fuße ist not kompatibel warum nicht warum waa waa why mit verstehe ich nicht guck mal da oben wie hole ich mir das da jetzt raus find ich so gut in Escape Rooms hier entkommen und so gar nicht ok ich muss also noch euch was anderes finden was wir dafür benutzen können Das da vielleicht? Happy Pils. Kein Happy Pils für mich. Okay, sehe ich ja schon, aber ich muss nicht ähm... Werter Doktor? Hier. Hat er mir ein Ohr geklaut? Bin ich das wirklich zu blind, weil mir ein Ohr fehlt? Macht Sinn, ne? Was mich jetzt verwundert. Ah, ich wollte nicht schon sagen. Soll ich euch da irgendwo hinluckeln können? Ist hier irgendwo was passiert? Ah, look at this. Look at this. War jetzt doch schon etwas verwundert. Oh, das ist ja beautiful. Ah, hier guckst du. Geil. Okay. Das war's? Komm ich jetzt hier raus? Muss das jetzt hier noch rein? Es fehlt immer noch irgendwas. Was? Oh, war das war jetzt schon da? Hat das war jetzt schon hier? Was fehlt denn jetzt noch, um hier rauszukommen? Natürlich nichts. Find a way out of the basement. Find a way out of the basement. Hold shift run. Oh, ich kann hier überall rein? Was ist das hier? Ach du Scheibenkleister. Hat sie nicht gesagt, das ging ja noch schlimmer als... Ach du Scheiße. Äh. Äh. Oh. Oh. Ah. Null. Wo bin ich gekommen? Oh, Mutti. Kids Doodles. Kids Doodles. It's a bunch of Doodles and Numbers. Oh, ich möchte das nicht. Geht das einstecken? Vier Sterne, sechs Ananas, zwei Enten, sieben Schlangen, acht Schiffe, 13 Autos, neun Herzen, 14 Autos, bezeichnen, 13, 3... Kann ich das mitnehmen? Fünf, weiß ich nicht. Zwei... Was? Ist das wichtig? Da sind alte Coins drauf. It seems to be quiet. A few missing. Ich will die nicht suchen müssen, Freunde. Mach das nicht. It's locked. Na, das ist ja Blutowohl. Warum ist denn die Musik jetzt? Hör auf mit der Musik, sie fehlt mir ja auch nicht. Was ist denn das aus so nem Lambe? Mr. Doctor? Are you here? Als würde ich den Code wissen, hä? Ah. Äh. Ups. Okay, cool. Also, um euch da grad die Darnabe? Ich würde gerne... Ich komm... Ich kann... Ich kann... Ich komm hier... Ich kann grad nicht echsen. Oh, hallöche, Freunde. Das ist ja wieder. Ich musste tatsächlich jetzt gerade noch mal von vorne anfangen, weil sich bei mir das Game komplett aufgehangen hatte. Geil. Hab ich richtig Bock drauf gehabt. Aber gut, es ging relativ fix. Aber... Pfff. Das hab ich jetzt leider auch nicht so verstanden. Also, das fass ich jetzt nicht nochmal an. Bis ich den Code hab. Oder auch nicht hab. Ich hab keine Ahnung. Den Doktor hab ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt bald noch. 20 Milliarden Münzen finden. Eventuell. Wir wissen es nicht. Ich weiß noch nicht, ob das der Code ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab keine Ahnung. Aber... Ich weiß es nicht. Äh. Kinderzeichnungen. Ist... Kinderzeichnungen. Different colors on this picture. Remember the elements. Water, fire, earth, and wind. I remember. Oh, 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 oh. Das... Oh. Oh. Na, ähm. Das ist ja hübsch hier. Da ist ein Fit. Warum nicht? Willst du da nicht rein? Das ist ja jetzt echt nicht so beautiful. Ich tu ihn nicht auf. Ich hab's noch was zu lesen. List to order to cooking oil barrels. Ein Papier, ein Gasbarrel, ein Boxes of Holder. Take the bird of the night to the other side of light. Was hat er gemacht? Gar nicht mehr die Liste einstecken. Ich merk mir das doch nicht. Wo ist denn eigentlich der Doktor? Ich will den mal sehen. Ich sehe ihn wahrscheinlich noch früh genug und werde ihn hassen. Oh, hi. Hier drauf. Hi. Na? Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, hier sind aber viele, viele Rätsel, Kinders. Extrem viele Rätsel. Hi. Ein Wolf. Zerberus bist du es, mein Freund. Hi. Okay, da muss irgendwas drin hier gemöpfelt werden. Oh, hier geht eine Treppe hoch. Okay. Das hat es jetzt gebracht, die Treppe hier hoch zu kommen, ne? Ich habe kein richtiges Tool. Oh, jetzt muss ich auch noch eine Scootriper finden. Das wird ja funny, als würde ich das wieder finden, ne? Die Musik ist sehr traurig, ja. Das möchte ich nicht. Äh, Professor, äh, Doktor, Doktor, Prophet, ich habe keine Ahnung. Ich mag zwar auch Rätsel, aber nicht, wenn es dann zu viel wird. Ich habe den Hammer geklaut. Geil. Und Batterien. Als könnte ich mich jetzt noch daran erinnern, wo es die Treppen hochging, ne? Aber selbstverständlich. Scheiße. Ah, ey, nee, das ist jetzt Orientierung. Ah, hier ging es die Treppen hoch. Pass auf, das klappt doch bestimmt nicht mit dem Hammer hier, oder? Jetzt hat doch mit dem Hammer geklappt. Hi, escape the orphanage. Äh, press to crouch, the doctor can't hear you when you crouch. Ah! Da ist er. Oh, den wollte ich eigentlich nur sehen. Was hat denn der da eine Hand? Ist das eine Sichel? Ey, eh mal töten lassen, müssen wir uns sowieso. Ich mach mal kurz meine Flashlight aus. Hi! Na, das ist ja blutig. Warum verbrüchelst du uns hier einfach? Was ist denn los mit dir? Ja gut, Freunde, so läuft es, ne? Ich bin gestorben. Na, das ist ja schön. Das ist ja schön. Cool, jetzt fangen wir mit dem Worn an, ne? Ja, das wollen wir jetzt nicht so, oder? Ne, da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Ja, Freunde, jetzt wissen wir, wie es läuft. Also, ihr müsst hier Rätsel lösen und dem verrückten Doktor entkommen. Wenn das was für euch ist, ich packe euch den Link unten rein. Packt euch auf eure Wunschliste, wie ihr das möchtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst bitte gerne ein Like nach oben. Ein Like nach oben. Wow, reden wir nicht. Ein Daumen nach oben. Gerne einen Kommentar und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr viel freuen. Ne, das wird nicht besser heute, ne? Ei, ei, ei. Ich wünsche euch alles Gute und dann hoffentlich bis zum nächsten Game oder bis zum nächsten Demo. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Sch Anchor viele. Spannende Rätsel, Scheren,